Wir sind die BWS 1. Wir sind eine berufsbildende Schule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung. Wir bilden aus in 23 verschiedenen Ausbildungsberufen. Wir haben uns vorgenommen, ein wenig anders zu sein als andere Schulen. Wir sind, was die Digitalisierung angeht, schon sehr weit fortgeschritten. Moderne Medien sind Standard bei uns im Haus. Wir arbeiten mit iPads, wir arbeiten mit Greenscreen, wir erstellen Podcasts und wir nutzen die künstliche Intelligenz. A muss ich natürlich deutlich weniger Material mit mir herumtragen. B ist es so, dass der Austausch und die Ausgabe von Arbeitsmaterialien viel schneller und flüssiger läuft. Wir können kurzfristig auch mit den Lehrkräften kommunizieren über ein Portal. Darüber können wir auch digitalen Unterricht anbieten. Schüler, die erkrankt zu Hause sind, können sich zuschalten, am Unterricht teilnehmen. Manche Klassen schalten auch phasenweise ganz auf den Distanzunterricht um. Es ist ja so, dass Lernen muss am Ende immer irgendwo hinführen, zu einem Produkt führen. Das ist so unser Anspruch und das ist bei uns im kaufmischen Bereich häufig schwierig. Der Podcast bietet die Möglichkeit, das Lernen noch einmal für andere sichtbar, nutzbar zu machen. Das sind so tolle Geschichten und wir haben festgestellt, wenn die Schüler im Podcast reden, das ist eine ganz intime Atmosphäre und es geht sehr in die Tiefe. Genauso ist es, dass bei uns die Schülerinnen und Schüler auch Videos als Ergebnis ihres Lernprozesses drehen. Das machen wir vor dem Greenscreen und wir können so den Lernprozess auch anderen nutzbar machen. Unser Bild vom Lernen ist, Lernen ist ein individueller und eigenverantwortlicher Prozess. Das Besondere an dieser Schule ist, dass wir das Cool-Konzept haben. Das bedeutet kooperatives offenes Lernen. Da arbeiten die Schüler wirklich auch eigenständig, selbst organisiert, natürlich immer mit dem Lehrer als Lernbegleiter. Der Vorteil dieser Methode liegt eben darin, dass wir die Eigenverantwortung stärken. Verantwortung für sich, für seinen Lernfortschritt, für seine persönliche Entwicklung zu übernehmen. Man ist da wirklich komplett frei in seiner eigenen Arbeitsweise und für den Lernfortschritt und auch für das Ergebnis am Ende ist das für mich persönlich sehr, sehr hilfreich. Die Lehrkräfte verstehen sich bei uns zunehmend eigentlich eher als Lerngleiter. Einmal Start drücken, mal gucken, ob was passiert. Jawohl, er bewegt sich. Sehr gut programmiert. Läuft. Wir haben auf der einen Seite das Lerncoaching, das den Schülerinnen und Schülern nochmal hilft, sich gezielt auf Dinge vorzubereiten, ihren eigenen Lernprozess nochmal zu reflektieren, zu hinterfragen. Aber wir haben auch das Schülercoaching. Mit dem Schülercoaching geht es eigentlich um die Frage, was ist dein Ziel? Welche Unterstützung benötigst du? Da geht es also noch über viel weiter über die schulischen Belange hinaus. Das Besondere hier an der Berufsbildenden Schule in Lüneburg ist, dass wir völlig unterschiedliche Charaktere und Menschen haben aus allen möglichen Kulturkreisen, aus allen möglichen Altersstufen. Und hier gelingt es, dass wir eine Lernatmosphäre schaffen, in der sich alle wohlfühlen, in der alle hoffentlich am Ende der Ausbildung zum Ziel kommen und eben all diese Umstände gar nicht relevant sind, sondern es ist einfach eine tolle Gemeinschaft und es macht einfach Spaß.